Wie ist denn das passiert? Auf dem Weg zu Kevin, da wurde ich von drei Kernen zusammengetreten. Diese Schweine sollte man fertig machen. So sollte man das? Ja etwa nicht? Soll man sich alles gefallen lassen? Die verdienen genau das gleiche was sie ihrem Sohn angetan haben. Soll man sich alles gefallen? Soll ich die Hände? Soll ich die Hände?